Musik Unser Megapack Palettenbox-System ist eine hervorragende Alternative für den Transport sperriger Güter. Die Megapack Palettenboxen sind in verschiedensten Grundmaßen und Höhen verfügbar. Die Basis des Megapack Palettenbox-Systems ist eine tiefgezogene Palette im Twin-Sheet-Verfahren. Damit erreichen wir sehr robuste und haltbare Paletten. In die Palette wird ein Ring aus Polypropylen eingestellt. Dieser Ring ist faltbar und in verschiedensten Höhen lieferbar. Damit lässt sich die Höhe der Behälter individuell an das Packgut anpassen. Lufttransporte gehören der Vergangenheit an. Den Abschluss bildet ein Twin-Sheet-geformter Deckel, sehr robust und auch mit hohen Traglasten belastbar. Dieser Deckel lässt sich einerseits mit dem gesamten System verriegeln und vermeidet damit eine notwendige Umreifung. Alle Palettenboxen der Megapack-Serie lassen sich einfach zusammenfalten. Musik Der faltbare Ring wird in die Palette gelegt und der Deckel einfach aufgestellt. Damit lassen sich fünf Containerladungen im Vollgut auf eine Containerladung im Leergut reduzieren. Besonders für die Seekontainer haben wir Palettenboxen im Programm, die exakt auf die Innenmaße der Container zugeschnitten sind. Damit wird erreicht, dass das komplette Volumen der Seekontainer ausgeschöpft wird und damit Frachtkosten reduziert werden. Falter-Falz-Systeme, nur wir sind so. Musik 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 Musik